Robert Eidenmüller ist zu uns gekommen. Wir wollen noch ein bisschen sprechen über die anstehende Saison oder die ja schon laufende Saison. Wir haben uns im Vorfeld aufs Du geeinigt und wir werden auch noch über Wernigerode, den nächsten Gegner, reden müssen. Aber ihr seid gestartet mit einer 3 zu 9 Pleite. Wie arbeitet man sowas auf in der Truppe? Es ist natürlich bitter gewesen, dass wir das Spiel verloren haben 3 zu 9, obwohl wir eigentlich das Spiel über lange Strecken offen gestalten konnten und gut mitgespielt haben beim Rekordmeister. Das darf man nicht vergessen als Aufsteiger. Wir haben die Fehler, die wir im Spiel gemacht haben, analysiert zusammen und ich bin zuversichtlich, dass wir das im nächsten Spiel besser machen werden. Wir haben es ja eben schon im Film kurz gesehen, euer Spielertrainer Alex Burmeister, der ist verletzt. Wie kriegt man sowas kompensiert? Es ist natürlich schwer, einen Spieler mit der Qualität von Alex zu ersetzen, das kann man nicht 1 zu 1, das wird man nicht schaffen. Aber wir haben trotzdem genug Spieler, die alle eine sehr gute Technik und ein sehr gutes Körperspiel haben und deshalb schaffen wir es auch langfristige Verluste wie den von Alex wegzustecken. Das ist ja nicht der einzige Verlust, den die Truppe erlitten hat. Es gab ja zahlreiche Abgänge, auch zahlreiche Abgänge von Leistungsträgern, wenige Neuzugänge und dann auch noch eine höhere Liga. Wie könnt ihr das packen? Wie könnt ihr das auffangen? Ich glaube, wir können das durch unseren Teamgeist auffangen und einfach dadurch, durch die Tatsache, dass wir schon lange alle zusammenspielen. Wir sind nicht nur eine Mannschaft, sondern wir sind eigentlich alle Freunde und ich glaube, dass das uns auch weiterhelfen wird, die kommenden Aufgaben zu bewältigen. Kurze letzte Frage, am Samstag geht es gegen Wernigerode. Kleiner Tipp, wie geht es aus? Ich sage mal 7 zu 4 für uns. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Hoffen wir mal, dass es genauso kommt, werden wir beobachten. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke, dass ich hier sein durfte.